Antoine, Percy, Ernst, erstmal schön, dass ihr da seid. Ich hab euch nicht erreicht. Wolltest du uns was sagen vielleicht? Diese Show heißt vielleicht die Teddy-Tec-Le-Bron-Show. Aber eigentlich sollte sie heißen, die Antoine-Percy-Ernst-Schliedler-Und-Und-Und-Show. Das ist das, was ich an dir schätze, deine Verlogenheit. Wo ist mein Beutel? Wo ist mein Beutel? Also die Texte sind mit Verlauf beschissen. Ist es gut, Maria? Piep, 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 du kleine Bitch. Jupp, Freddy, Michael, please. Fuck you. Dann hast du deinen Effekt, dass die ganze Haut durchs ganze Publikum fährt. Ich glaub's grad nicht. Joy, den hat er auch nicht vor mir. Mal weißt du nur, dass du das weißt, in Karstink bringt jeder selber seinen Tupperware und Wasser mit. Also nur, dass du das weißt. Dimitri! Dirk! Der Mann ist am Verdurschten! Du machst gar nichts hier, du kleinen Pisser! Dirk! 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 Untertitelung des ZDF, 2020